...und dem MFB 10 Leipzig. Schön, dass ihr alle da seid, auch wenn ihr vielleicht schon ein bisschen Hunger habt. Aber wir reiten durch. Mein Besonderes Gruß! Und natürlich die Gästen, die wir greifen von Wildkreisen, und unseren Kulturzumie im Schiedsrichter-Duo aus Halle. Ja, so klar wie in dieser Saison sind die Rollen wahrscheinlich schon fast ein ganzes Jahrzehnt nicht verteilt gewesen. Voluspunktfrei droht der MFB 10 an der Tabellenspitze. Der OMC hat derzeit 6 Punkte auf dem eigenen Konto und ist damit auf Platz 6. Aber wer weiß, was heute passiert? Jedes Spiel muss erst gespielt werden, um ein endkündiges Ergebnis zu finden. Ja, wir schauen uns mal an, mit welchen Aufstellungen die beiden Teams am heutigen Mittag starten. Und da starten wir mit der Ausstellung unserer Gäste vom MFB 10 Leipzig. Mit der Nummer 3, Alexandra Kürt. Mit der Nummer 8, Virginia Unkel. Mit der Nummer 9, die Kapitänin Charlotte Rüssel. Mit der Nummer 10, Tiffany Kündner. Mit der Nummer 12, Lisa Schröder. Mit der Nummer 13, Natalie Berger. Mit der Nummer 16, Sarah Hecht. Mit der Nummer 17, Lucy Sandner. Mit der Nummer 18, Lisa Heuschke. Mit der Nummer 21, Svenja Klingner. Mit der Nummer 24, Elisabeth Klaus. Mit der Nummer 25, Annemarie Wietz. Mit der Nummer 27, Ellen Kulig. Mit der Nummer 30, Wiebke Richter. Mit der Nummer 32, Linda Schanz. Mit der Nummer 33, Emily Wagner. Mit der Nummer 50, Amelie Kirschner. Mit der Nummer 66 im Tor, Tabea Patzier. Mit der Nummer 85, Emma Schröfel. Und mit der Nummer 91 im Tor, Justine Werner. Meine Damen und Herren, jetzt hier die Aufstellung des UAC Sprachklasse Weißfelds. Mit der Nummer 8, unsere Kapitänin, Vanessa Raikow. Mit der Nummer 7, und dort haben wir hier Valerius. Mit der Nummer 97 im Tor, Sophie Klein-Schmidt. Mit der Nummer 10, Juliette Fallei. Mit der Nummer 13, Bettina Nezian. Mit der Nummer 14, Julia Werte. Mit der Nummer 15, Anna Herrmann. Mit der Nummer 16, Sarah Kleinschmidt. Mit der Nummer 18, Lily Francis Trubschuh. Mit der Nummer 19, Dianina Ruby. Mit der Nummer 20, Anne Berwig. Mit der Nummer 22, Josephine Griecher. Mit der Nummer 25, Emma Zimmermann. Mit der Nummer 28, Paula Schilley. Mit der Nummer 32, Hein Kolditz. Mit der Nummer 35, Emma Genfla. Mit der Nummer 24, Jessica Zimmermann. Mit der Nummer 24, Jessica Zimmermann. Meine Damen und Herren, begrüßen die geliebten Gäste von MSPT Leipzig. Die Mathieu Relegit von Jonas Röhrer, in den Arnaufmann als Superzeit. Musik 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 0,91 Justine Werner, in der Verteidigung 0,32 Linda Schanz, in der Verteidigung 0,10 Tüffelie Krübler, abgassender Position 0,13 Nathalie Berger, im Stahl 0,33 Emily Wagner und schon in der Verteidigung 0,9 Charlotte Ruskel. 0,13 Nathalie Berger, im Stahl 0,15, Stahl 0,14 Julia Berger, im Stahl 0,28 Paula Schöhn, Aber als wir noch aus der Sohn in der 16. Zerhagel einstehen, und ich schreie mir nach, wenn es da ein Kohl und ich schreie mir nach, sieh mir nicht, wenn es ist Gott schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja! 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 壁! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! 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 Bravo, bravo, bravo! 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 Bravo, bravo!